In der Freizeit spontan und in der Bank eher organisiert. Ich würde sagen, eindeutig organisiert. Das ist mir super wichtig. Spontan. Man muss immer auch ein bisschen Spontanität mit sich drin haben. Da leuchtet das nie. Auf jeden Fall organisiert. Ich hasse es, spontan irgendwas zu erledigen. Organisiert? Ach, ich bin ein sehr spontaner Typ. Organisiert ist eher so, naja, nicht meins. Organisiert? Organisiert. Sehr organisiert. Spontan. Spontan und organisiert, spontan auf jeden Fall. Lieber organisiert, aber ich bin spontan. Aber so Urlaube oder so müssen bei mir mega organisiert sein. Meistens bin ich eher organisiert, spontan dann nur, wenn irgendwie was nicht gepasst hat in meinem Plan.